Wuhu. Guck mal? Ich bin unsichtbar, geile. Hier kann ich das ihn machen. Ah, da bin ich. Guck mal, da ist er. Ech auch. Wir sind top vorbereitet heute, richtig. Ich bin noch nicht so weit. Nein, ich bin noch nicht schön. Das kriegst du mit der Kamera auch nicht mehr hin. Doch, krieg ich hin. Hallo, Borkheide. Hallo, Welt. Da ist er wieder, der Matze. Und der Lutze natürlich, weil heute Montag ist und sonst ein Schloss. Draußen ist ruhig, die Sonne ist warm. Ich habe meine Nachbarin im Bikini gesehen. Nee, doch nicht. Aber es waren fast 20 Grad, oder? Es waren heute satte, mit mindestens 19 Grad. Ey, super geiles Wetter. Aber es bleibt nicht. Doch, doch, doch. Für heute bleibt es. Ja. Du hast jetzt nicht Frost im Paket, oder wie? Nein, aber knapp davor. Es ist Pilzzeit draußen im Wald. Ihr habt ja sicherlich mitgekriegt, ihr ein oder andere ist da unterwegs und findet den einen oder anderen Pilz. Es geht so schnell und man findet nicht nur Pilze, sondern auch ganz fette, fette, fette Audis im Wald. Und daran merkt man, dass Pilzzeit ist. Wenn ganz, ganz viele Autos mit ganz, ganz verschiedenen Nummernschildern im Wald bis, aber wahrscheinlich bis mitten in den Wald reinfahren. Die fahren, ja echt, die fahren bis an den Pilz ran. Die Hunde rauswerfen und rumrauchen. Ja, im Wald. Kann man nicht so sagen. Also eigentlich kann man nicht so sagen. Aber okay, heute bleibt die Küche rein. Was? Wir holen was aus dem Fliegerheim. Ja, das geht doch. Ja, leider, leider, hört sich toll an, ist aber nicht so toll, weil der Lockdown hat natürlich auch in Borkheide zugeschlagen. Das heißt, das Fliegerheim hat ab heute für den öffentlichen Publikumsverkehr eigentlich geschlossen. Aber ab 4.11., das heißt ab Donnerstag. Ja, übermorgen, heute ist nämlich der zweite. Also Mittwoch. Mittwoch. Ja, genau, übermorgen. Mittwoch. Ab Mittwoch kann man sich dort wieder was zu essen holen, aber natürlich nur außer Haus. Und da gibt es, wie uns ganz brühheiß erzählt wurde, ganze Gänse und Zerhackte. Zerhackte auch. Also Teile von Gänse, natürlich Gänsebrust, Keulen, halbe Enten, ganze Enten und Wildschweinkeule. Auch. Auf Bestellung, auf Wunsch, bitte 3 Tage vorher Bescheid sagen, zum Abholen. Und ganz wichtig, das kann man sich dann zu Hause warm machen. Alles, was an Gemüse ist, etc., ist schon einvakuumiert. Kann man sich zu Hause wieder heiß machen. Entweder so im Paket, im Topf, im heißen Wasser oder auch durch Umrührung. Und eine Bitte natürlich bei Ente-Kross oder bei Gans-Kross, das ist natürlich so nicht machbar, weil wenn die im Gefäß geliefert wird, dann ist zu viel Kondenswasser drin und die Kruste ist nicht mehr krustig. Das heißt, zu Hause dann nochmal in den Grill. Backofen vorgeheizt und kurz Grill drüber, das kennt man ja. Wir haben den Groß der Woche vergessen, den ganz traurigen Groß der Woche. Geht dann eine ganz, ganz einsame Person, die in dieser Zeit den Geburtstag feiern musste. Wir grüßen. Lutze, heute mal. Ich hatte Geburtstag? Ich hatte Geburtstag. Ja, tatsächlich, ich hatte Geburtstag. Ich hatte wirklich Geburtstag. Ich habe mich gefreut. Es sah so aus, als ob der BSV 90 mir ein Geburtstagsgeschenk macht und mir einen Sieg nach Hause bringt. Hat leider nicht ganz geklappt. Jungs, ich sage euch mal was. Ich habe für euch eine Kiste Bier hier stehen gehabt. Wenn ihr gewonnen hättet, wäre die Kiste Bier euch. Und so habe nicht mal ich davon. Und da ich nicht Bier trinke, musste ich jetzt warten, weil es ist kein Training. Die nächsten Spiele fallen alle aus. Die Jugend hat aufgehört, Fußball zu spielen. Das war dein billigster Geburtstag bis jetzt, ne? Mein billigster Geburtstag? Wenn keiner da ist und keiner herkommen darf und keiner was trinken darf. Aber zum Fußball kommen wir nachher nochmal, weil ich zeige euch trotzdem ein Video. Das sind wir auch schon fast. Weil ich zeige euch nachher trotzdem ein Video. Jetzt kommen wir nochmal zu der Kissengeschichte, Matze. Herzchen mit Stärzchen. Wie heißt denn das? Ja, die Ines und ihr Team, die haben ja fleißigst genäht. Herzen gegen Schmerzen. Und wenn ihr hier seht, auf den Bildern, die hier durchlaufen, was da draus geworden ist, kann man natürlich noch sagen, großartige Leistung, allein schon so 60 Kilo. Das ist ja ziemlich leichte Sache, die man da reinstopft. 100 Meter Baumwollstoff. Warte mal, wir schauen mal hier rein. Warte mal, Moment, Matze, ich muss mal ein bisschen schummeln hier. Weil, warte mal, das geht jetzt nicht so schnell. Ich habe das hier auf der anderen Seite. Jetzt schieben wir das mal hier rüber. Warte, dann kannst du mitlesen. Kannst du schon lesen? Die anderen lesen doch die Bilder auch schon. Nein, kannst du lesen? 800 Meter Baumwollstoff. Ich habe gewaschen und gebügelt. Genau, genau. 600-Herzen-Set. Ja. Ich weiß, oder? Ey, guck das mal an. Und 1200 Herzen zu verschließen. Was haben wir noch gemacht? 60 Kilo Füllwatte. 100 Meter Baumwollstoff. Ja, lest einfach selbst. Schaffen wir nicht alles, Matze. Das ist so viel. Hast du auch ein Herz hier in den Leben? Ganz tolle Leistungen. Und auch in dieser Corona-Zeit, das mit zu organisieren. Die Übergaben und alle Leute dabei samzuhalten, die dort geholfen haben. Schöne Sache. Jo. So, was ist mit dem KSB Potsdam? Der Kreisportmann Potsdam hat dem Borkheider Sportverein eine Urkunde überreicht mit dem Gütesiegel Kinderschutz. Könnt ihr auf der Borkheider-Seite nachlesen. Und ja, wurde jetzt auch noch kurz gemacht. Danach hätte auch keiner herkommen dürfen wieder. Ja, könnt ihr hier, wir blenden mal den Link ein. Oder ihr seht den Link unten in der Beschreibung zum Video. Ich kann hier schon auch. Herzlichen Glückwunsch für die Urkunde. Du musst hier, jetzt klick mal drauf. Los, klick mal drauf. Los, klick mal. Los. Nein, ich kann da nicht aufklicken. Klar. Nein, das ist jetzt kaputt. Jetzt geht nicht. So. Nun. Hier. Ja, nix hier. Ich kann das selber lesen, was bei uns. Gut. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Schaut da mal einfach selber rein. Der BSV 90 hat in den nächsten Wochen übrigens ... Das Thema war, der vertrauens- und würdevolle Umgang mit Kindern und Jugendlichen ist geprägt von Respekt bei Gefährdung des Kindeswohls. Schauen Sie nicht einfach weg, sondern beteiligen Sie sich aktiv am Schutz vor Gefahren, Vernachlässigung, Gewalt und Missbrauch. Das sind die Ziele, wofür der BSV 90 steht. Weiter so. Seit wann kannst du lesen? Ich habe Knopf im Ohr. Ach so, ich habe mich schon gewundert. Jetzt hat er wieder alles durcheinander gebracht. Wir sind ein bisschen konfus hier heute, aber das macht überhaupt nichts. Jetzt geht es auch weiter noch mit dem BSV 90, weil die nächsten Wochen fallen Übungsstunden auf. Das Training fällt aus und die Spiele bis auf weiteres. Im Waldbad fällt die Sauna aus. Das heißt, nackig rumhören, ist da nicht mehr bei Hitze. Waldbad Arbeitseinsätze fallen aus. Im BSV 90 fallen die Arbeitseinsätze aus. Es ist eigentlich komplett tot. Es ist tot. Mal sehen, ob jetzt der Winter auch ausfällt wegen Corona. Ich habe keine Ahnung. Da sind wir noch mal bei Corona. Wir haben ja ganz vergessen. Wir sind jetzt bei 88, Inzidenzien. Inzidenzien oder so. Wir hängen am Tropf der großen Städte. Teltow, Kleinmarnow, Stahnsdorf und Werder vor allem. Genau. Da schießen die Zahlen in die Höhe, wie ihr hier sehen könnt. Und Brück ist, Amtsbereich Brück weiterhin bei aktuell 5 und 9 in Quarantäne. Das ist alles noch eine überschaubare Zahl. Aber, Lutz, hast du vorhin gesagt, unten dieser eine Ort, hast du gesagt, unten links der Ort, der hieß Summe, hieß der, ne? Ja. Der Ort, der ist ganz gefährlich. Ja, das ist ganz schlimm. Der Ort Summe hat 1008 laborbestätigte Inzidenzien oder wie die heißen. Inzidenzien? Inzidenzien, nein, nein. Aber das ist schon, naja, okay. Spaß macht es nicht mehr. Nein, wir wollen mal keinen Witze darüber machen. Da kann man ja eigentlich nicht Witze darüber machen. Wir würden uns ja, glaube ich, alle, egal wer dafür oder dagegen ist, freuen, wenn dieser ganze Mist nicht mehr wäre. Aber es ist halt so. Bleibt gesund, auf jeden Fall. Ja, bleibt gesund. Und immer, wenn es nicht trifft. Also wir sind ja komisch, aber in der Tragik liegt wie immer die Komik und deswegen kommt es manchmal so ein bisschen durch. So, dann jetzt hier nochmal Fußball. Haben wir nichts zu sagen, wir waren nicht da. Der Trainer hat was zu sagen. Und vielen, vielen Dank an den Enrico, der uns das Bildmaterial, das Videomaterial geschickt hat. Und natürlich auch für uns den Trainer interviewt hat. Tolle Sache. Wir freuen uns immer, wenn man uns ein bisschen Arbeit abnimmt und wir am Sonntag faul auf den Sack umliegen können. War das so gemeint? Nee, war nicht so. Wir haben auch mal was anderes zu tun. Super, vielen Dank. Und hier ist Fußball. Für die Burkhäler Zuschauer und für die Fans, wie ich es heute war, in Vertretung für Burkhäle News. Was sagst du zum Spiel? Gewonnener Punkt oder verlorener Punkt? Verlorene zwei Punkte. Na ja, kann man so nicht sagen. Wir haben leider Gottes die Ziellinie nicht erreicht. Wir haben bis zur 82. Minute 2-0 geführt noch. Wir kriegen gegen uns einen Elfmeter, der gehalten wurde sogar. Trotzdem kommen zwei weitere Standards, wo wir nicht gut ausgedeht haben, die wir nicht gut verteidigt haben. Und damit rettet Saarmund letztendlich sich selber den einen Punkt. Da muss man schon davon reden, dass wir leider Gottes zwei Punkte verloren haben in der Schlussphase. Aber ich kann meiner Mannschaft heute überhaupt nichts vorwerfen. Im Gegenteil. Hoffen wir, dass wir im neuen Jahr irgendwann wieder normal Fußball spielen können. Bis dahin, für alle Fans, schönen Dank für die Unterstützung bis hierher und noch einen schönen Sonntag. Und von mir als Fan muss ich auch sagen, wirkt wirklich ein richtiges Spiel. Habt noch schön anzugucken gehabt heute. Und ich wünsche euch für die Zukunft alles Gute und dass wir in der Klasse bleiben. Danke. Ja, ey, kurz vor Ende. Hallo Jungs. Das hätte aber auch ein 2-0 werden können für uns. Strengt euch nächstes Mal noch ein bisschen mehr an. Aber trotzdem cool. Hör auf zu jammern. Hör auf zu jammern. Hör auf zu jammern. Hör auf zu jammern. Auswärts, auswärts einen Punkt. So, Glückwunsch. Alles gut. Und eine Hölfer gehalten. Super Geschichte. Doppel Glückwunsch. Chris, vielen Dank. So, Matze, jetzt bist du dran. Du darfst mal wieder wettern. Ach, nö. Na doch. Schönen Montag gehabt, wa? Hat zwar ein bisschen blöd angefangen heute Morgen. Der Regen war ganz schön durchdringend. Ich mach mal kurz draußen dann durchgenässt. Aber die Woche, hm, ja, das war's mit den Temperaturen. Regen wird es, regnen wird es kaum noch. Die Sonne wird uns ein wenig begleiten, ein bisschen bewölkt. Tagestemperaturen gehen in den unteren zweistelligen Bereich. Nachttemperaturen gehen dann doch wieder bis auf 5 Grad runter zum Wochenende. Das heißt, ja, Heizung an. Nach wie vor. Heute nicht. Heute ist aus, ne? Heute ist zu schön. Guck mal, die Sonne scheint, hätte ich fast gesagt. Die scheint auch noch. Guck mal, in den Baumwitbeln da oben. Sehr schön. Weißt du eigentlich, wie alt ich geworden bin? Ja. Wie alt? So alt wird kein Schwein. Neun Jahre? Ja. Dann musst du eine Zahl rumdrehen. Wie, eine Zahl rumdrehen? Willst du jetzt behaupten, ich hätte den Ballon gedreht? Du hast deinen Spruch vergessen übrigens. Fällt mir gerade ein. Was für den Spruch? Zum Fußball, zur Tabelle. Nein, die habe ich doch gesagt. Was? Habe ich dir nicht gesagt. Nee. Willst du die Mannschaft von vorne sehen? Musst du die Tabelle drehen. So. Ist nicht von mir. Kam überhaupt nicht von mir. Nein, das kam nicht von mir. Der kam, wo kam der her? Das darf ich nicht sagen. Ach so. Nein, das darf ich nicht sagen. Nein, es gibt eine Steinigung hier im Bock. Für dich? Das kann ich nicht zulassen. Ihr merkt, wir haben immer noch Humor. Uns geht es gut. Matze, sie geht es nicht gut. Was? Wer hat seine Brille kaputt gemacht? Ich kann das. Zweite mal dieses Jahr. Also eine habe ich verbummelt und eine ist jetzt kaputt. Jetzt muss ich gleich wieder zum Beispiel. Du kannst damit nicht umgehen. Das ist auch meine Lesebrille. Die funktioniert ja. Wir sehen uns wieder am nächsten Montag. Bis dahin wünschen wir euch alle richtig schönes Wetter. Wenig Schnee, viele Pilze. Und alle das andere. Und wer noch in Bootsach hat, herzlichen Glückwunsch. Bis dahin. Matze. Wie immer hier vor der Kamera. Ich. Matze. Matze. Ja, ich. Und Lutze hier. Und Lutze. Und tschüss. Bis dahin. Ich war gar nicht auf so einer Prop. Das ist ja eine vorbereitet jetzt. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020